Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind heute in Königsbrunn auf dem Mammut-Jubiläum. Die Leute von der Mammut-Crew veranstalten aber nicht nur das Mammut-Jubiläum dieses Jahr, die haben auch noch das Rocket Freeze und das Mammut-Festival. Auf jeden Fall unten mal in der Beschreibung auschecken. Wir schauen jetzt erstmal darüber. Da stehen auch schon einige Leute, geht auch schon ordentlich ab, Rotting Empire spielen gerade. Und wir haben Leute, die so dermaßen betrunken sind, dass sie schon eine Menge frische Luft brauchen. Das sage ich jetzt einfach nur so, ich habe keine Ahnung. Kommt mit, kommt mit, wir gehen rein. Ich hoffe, man hört mich überhaupt noch. Ich denke schon, wir laufen mal hier einfach ganz frech durch mit unserem Bettchen. Jetzt gucken wir erstmal, was wir vom Pflegungstechnisch... Nein, alles gut, alles gut. Ich bin doch gerade im Festival-Taulig, scheiße, warte. Den ersten Zuschauer haben wir schon hier. Wie sieht es aus? Warst du gestern schon hier? Bist du erst heute gekommen? Ich war gestern schon hier und bin auch heute da. Was war denn gestern dein Highlight? Gestern war mein Highlight definitiv Public Grave. Ich fand die mega. Ich habe die das erste Mal gesehen. Geil. Die haben sich ein Patch verdient. Heute? Heute mal gucken, ehrlich gesagt. Also die Fokus finde ich sehr, sehr wild. Auf die freue ich mich schon sehr. Bin ich mal gespannt. Sei gespannt. Ganz viel Spaß noch. Ebenfalls, danke. Das ist sozusagen heute unser Opener der Festival-Saison, wo wir offiziell da sind. So, die Festival-Saison ist ja schon im Gange. Heute sind wir jetzt erstmal offiziell da. Wir nehmen euch mal mit und zeigen euch mal, was hier so gut es geht, würde ich sagen. Wir haben hier erstmal zum Beispiel zum einen Festival-Merchandise. Wir haben Plüsch-Mammuts. Die sind schick. Auch noch für die gute Sache. Cameron, you got that. Was ich auch stark finde, Shirts von vergangenen Jahren und so verkauft für einen Pfennig-Preis. 10 Euro für ein altes Shirt. Guck mal, TBS waren letztes Jahr da. Hallo, Stroppo. Es ist clever, dass sie TBS letztes Jahr gebucht haben. Ich glaube, wenn sie TBS nächstes Jahr buchen wollen, wird es sehr teuer. Und jetzt würde ich sagen, wir sorgen jetzt erstmal fürs leibliche Wohl und holen uns ein Bier, weil Bier hat es hier natürlich auf. Was wäre ein Festival ohne Bier? Hallo. Ich hätte gern zwei Bier, bitte. Habt ihr Shots irgendwas da? Shots mäßig? Shots haben wir dazu in der ganzen Ausweisung. Jäger-Meister, dann noch zwei Jäger-Meister. Was würdet ihr sagen, wie viel Alkohol verkauft man im Vergleich zu antialkoholischen Getränken? Ganz schwierig. Hängt von der Uhrzeit ab. Ich würde sagen, bis jetzt so 50-50 in etwa. Wird sich aber natürlich etwas verschieben. Aber wenn man überlegt, dass wir erst halb fünf haben, ist 50-50 schon stattlich. Ist stattlich, aber gut, es gibt ja ein paar Kinder hier und es gibt auch Leute, die fahren müssen und ein paar, die sich aufheben und dann richtig loslegen wollen gegen später. Gibt es auch wieder, bitte. Das Interview wird vor einem Live-Publikum aufgeführt. Das Interview wird vor einem Live-Publikum aufgeführt. Das ist sehr, sehr old-schoolig, Heavy-Metal, so Richtung Maiden, so die Zeit, so richtig, kann man ja schon fast sagen, aktuell Golden Era des Rock-Metals. Ihr seid ja noch ein bisschen jünger. Ja. Also 22? Ja, ich werde dieses Jahr zum letzten Mal 25 und dann werde ich immer wieder 25. Also ich werde ab diesem Sommer nicht mehr altern. Wie kommt man denn als so junge Band zu so einem klassischen goldenen Genre? Im Prinzip war es so, ich habe halt Gitarre gespielt. Irgendwann habe ich ihn kennengelernt und dann haben wir zusammen so Musik gemacht. Und ich meine, mit so einer Gitarre und einem Schlagzeug kommst du eigentlich immer so in die, in das Genre rein, weil sie es halt einfach, weil sie es früher auch nicht anders gemacht haben. Würde man auch irgendwo sagen, wir sind doch unsere Eltern da auch so ein bisschen mit aufgewachsen. Da könnte es auch in eine ganz andere Richtung gehen, so neue deutsche Welle mäßig. Das ist ja eigentlich echt gut gelaufen. Ja, Gott sei Dank, ja. Ja, ich sage mal auch so, wir sagen, wir sind Teil der New Wave of Traditional Heavy Metal und das ist ja, kann man so mehr oder weniger sagen, der Name orientiert sich ja an der New Wave of British Heavy Metal, wo ja Motorhead, Saxon, Iron Maiden, das ganze Zeug, wo wir mit aufgewachsen sind. Deswegen spielen wir ohne Ineer. Ja, spielen komplett ohne Ineer? Ja, ja, brauchen wir nicht. Wir sind oldschool, wir haben auch kein Digital-Am. Ich glaube heute, wo noch Ams dabei gehabt hat. Ich glaube, da sind wir heute die Einzige, wo mit oldschool Röhren-Ams spielen. Aber ich sehe das auch selten, Bands, die ohne Ineer spielen. Ich will es fühlen. Ja, genau, diesen Live-Effekt habe ich mehr ohne Ineer, wenn ihr den Sound halt hört und so. Ja, wir jammen halt auch viel auf der Bühne. Also wir wissen zwar, welche Songs wir spielen, die haben schon irgendwo so eine Anordnung irgendwo. Wir haben drei Lieder, die wir spielen, der Rest ist improvisiert eigentlich. Das klappt irgendwie immer. Nein, es ist halt auch, wir haben so die Geschichten, es ist halt irgendwie so, wie es dann kommt, kommt es. Deswegen manchmal spielen wir länger, manchmal spielen wir kürzer, manchmal spielen wir auch zu lang, wie heute. Es kommt auch öfter vor, dass wir dann ein wenig, gerade der Hubby ja auch immer mit seinem Angestoße und Bier und Bier und Bier und Bier. Ich glaube, bis wir fertig sind mit dem Spiel, sind die alle besoffen da. Aber gerade in Bayern funktioniert es ja auch super. Muss man auch dazu sagen. Zum Wohle. Ja, hinten hier an das Nebenkubel kommen. Cheers. Ihr bringt ja auch, ist ja auch ein sehr guter Zeitpunkt, ihr bringt ja auch, je nachdem wie schnell wir es mit der Nachbearbeitung schaffen, ihr bringt jetzt in diesem Zeitraum oder erst vor ein paar Tagen ein neues Album raus. Ja, also es kommt am 31.05. raus, 2024. Vielleicht kam es schon vor ein paar Tagen, Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung und auch wenn es jetzt schon davor kam, kommt nachträglich der Link. Ihr findet alles unten. Es hat länger gedauert als geplant. Tut es immer. Ja, Morris, sag du was dazu. Ja, unser neues Album, Twisted Diamonds heißt es, ist ab 31.05. verfügbar. Unser zweites Album jetzt, am besten hört es an. Wir haben jetzt sogar wieder eine neue Ballade. Wir haben jetzt überhaupt mal eine Ballade. Ja, aber am Anfang wollte ich das ganz ruhig machen und dann hat er wieder den Schlagzeug reingekaut und er zieht das eben so ein bisschen. So eine ganz ruhige Ballade, so nach zwei Minuten so, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Nein, 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 es ist so geendet, wir haben den Song gemacht, also ich habe den Song geschrieben, das ist ein bisschen sentimentaler Song, weil da ist sowas in meinem Leben nicht so ein bisschen, also nicht stieg gegangen, aber es ist halt was passiert, was das Leben beeinträchtigt. Die Songs, finde ich, schreiben sich am besten. Dann war das so, es ist irgendwie passiert, dass diese Ballade, so, es ist so dieser typische 80er-Metal-Fest, was lauter ist als der Rest vom ganzen Album, habe ich gefühlt. Und das ist die Ballade. Aber es ist immer noch eine Ballade, also ihr könnt euch auf eine Ballade freuen. Es ist eine Ballade, es ist eine Heavy-Ballade, oder? Eine Heavy-Ballade, genau. Ich glaube, Nothing-Its-Matters-Schiene kann man ziemlich sagen, ne? Freut euch drauf. Was ist denn bei euch dieses Jahr noch so geplant? Ja, jetzt auf jeden Fall am 31.05. unser Album-Release. Dann haben wir auch noch mehrere Shows, wo wir spielen. Genau die nächste Single ist auch schon fertig und an der übernächsten Single arbeiten wir auch schon dran. Und, also es geht immer weiter. Ne, und wir reißen uns richtig zusammen, dass wir auch live immer besser werden. Ja, und wir suchen tatsächlich, also vielleicht zieht es ja irgendeine größere Band da draußen. Wir suchen tatsächlich, wir würden, wir wollen auf Tour gehen. Du laust es hier, also es kostet sehr viel Geld. Und wir suchen uns irgendwie so eine Band wie so Axis, so diese Schiene. Axis, vielleicht schaut ihr da zu. Wir würden gerne mit euch auf Tour gehen. Schwach, wenn ihr nicht dieses Video schaut. Der eigentliche Plan war eigentlich letztes Jahr, aber letztes Jahr hat es tatsächlich geklappt, dass wir so Ende des Jahres dann mal gucken, dass wir mal so eine Deutschland-Tour machen. So mal zwei, drei Wochen. Dass wir mal hier unten aus unserem süddeutschen Raum rauskommen. Vielleicht jetzt nicht ganz gleich deutschlandweit, aber auf jeden Fall in Deutschland mal ein bisschen uns etablieren. Wo seid ihr denn online überall zu finden? So Links findet ihr sowieso überall in der Videobeschreibung. Was wollt ihr den Leuten mitgeben und wo kann man euch in den nächsten Wochen und Monaten denn überall so sehen? Finden tut man uns auf jeden Fall YouTube, Facebook, Instagram, Spotify. Pornhub. Alle möglichen Social-Media-Plattformen und auch Musik-Plattformen gibt es uns zu hören. Ja, eigentlich müssen wir überall vertreten. Ich glaube, egal wo eingibst, Impact, findet man was über uns. Und jetzt noch einmal mehr auf deinem Kanal. Dankeschön. Ja, genau. Gerne. Mega, gerne. Vielen Dank. Ohne Scheiß. Meine sehr verehrten Damen und Herren und Zuschauer. Impact. Checkt sie aus. Alle Links in der Videobeschreibung. In einem Club eurer Nähe. Kommt und schaut uns an. Nein, habt Spaß. And keep on rocking in a fucking free world. Die Pizza. Willst du auch ein Biss? Er hat gesagt, er hat Angst vor uns. Also ich bin dick. Und ich muss sagen, die Pizza ist sehr geil. Da vorne ist ein Ding. 10 von 10. Mega. Wir haben hier den wunderbaren Daniel, den vielleicht der ein oder andere regelmäßige Zuschauer noch von der Band Lärmliebe kennen könnte. Er organisiert hier mit beim Festival. Erzähl doch mal so ein bisschen, nehmt uns mal ein bisschen hinter die Kulissen so. Was mich persönlich am meisten interessieren würde, wenn ihr jetzt hier im Mai ein Festival habt, wann fangt ihr mit dem Booking an? Das müsst ihr immer noch so ein Booking-Team fragen. Ich bin in der Technik. Die sagen, wir bekommen, was ich weiß, wir bekommen unglaublich viele Bewerbungen an Bands. Das sind glaube ich wirklich um die 1000 Bands. Lass mich lügen. Da nagel ich mich fest. Aber jetzt die Bands sind alle schon mega professionell einfach. Das ist echt krass. Ist das die einzige Festival-Veranstaltungskette, wo du mit arbeitest oder hast du noch ein paar andere Side-Projects? Ähm, nee, es ist das Mammut-Festival und dann gibt es, es gibt noch so einzelne kleine andere Festivals. Das gab es das Raptor-Festival, das war ein reines Metal-Core-Festival. Da habe ich auch noch mitgeholfen, weil Metal-Core. Mal sehen, ob es vielleicht noch irgendwas anderes geben wird. Aber das sind jetzt gerade für mich, äh, 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 sehr schön, sehr schön. Ähm, war auch richtig gut. Und mal sehen, was noch, ob noch was dazu kommt. Das ist eh schon ein mega Angebot. So, ich denke mal, gerade bei größeren Festivals, es ist ja alles so, ich hatte ja so ein bisschen Kontakt mit, äh, ein, zwei Leuten. Und es ist ja nur purer Stress, was die haben. Würdest du sagen, das ist hier alles im Großen und Ganzen sehr entspannt? Oder sind hier einfach genug Ehrenamtliche mit dabei, dass man sagen kann, die Arbeit wird so gut verteilt, das ist alles wirklich auf entspannte Basis so? Also tatsächlich, denke ich, ich spreche so für auf jeden Fall den Großteil, dass es schon relativ aufentspannt ist. So, es gibt natürlich mal die Stoßzeiten, klar, wo du dann richtig ranklotzen musst, so. Aber im Großen und Ganzen sind wir echt ein Riesenteam, mega geil, schon eine kleine Familie. Ähm, mittlerweile, man kennt sich so, man freut sich jedes Mal, die Leute zu sehen. Und es wird, glaube ich, also, behaupte ich jetzt auch mal so, wird ziemlich gut auf die Leute verteilt. Was würdest du den Zuschauern hier mitgeben für das Mammut, für alle Mammutveranstaltungen in der Zukunft? Es ist ja nicht nur, nicht nur das Mammutfestival und in dem Fall das Mammutjubiläum. Da sind ja deutlich mehr Veranstaltungen darunter. Was willst du den Zuschauern denn mitgeben? Kommt vorbei, einfach. Schaut es euch an. Wie gesagt, so, Booking ist mittlerweile ziemlich geil. Es ist scheißegal, wer eigentlich mehr oder weniger spielt. Auch die Stimmung, okay. Stimmung, eigener Punkt. So, beim letzten Mammut zum Schluss Abby Falls. Bescheuert, wirklich. Die Menge, die Menge ist komplett bescheuert gegangen. So, es war richtige Party einfach. Und deswegen, es lohnt sich einfach nur hinzugehen. So, mehr kann ich nicht sagen. Absolut, es ist jedes Mal. Es ist eigentlich egal, welche Band spielen. Jedes Mal kommt irgendeine Band, wo man einfach so komplett abrocken, komplett abmedalen kann. Es ist jedes Mal so, man trifft Freunde, man trifft Leute, die man kennenlernt. Man macht neue Connections und es ist egal, bei welcher Band, bei jedem Mammut, es ist einfach jedes Mal aufs Neue übelst geil. Kann ich nur bestätigen. Kommt vorbei. Kommt vorbei. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind hier auf dem Mammut-Jubiläum und wir haben hier den Lorenz von Trader. Für die Leute, die euch nicht kennen, erzähl doch mal was. Jo, ich bin der Lorenz, ich bin bei Siss, bei Trader und ganz vielen anderen Bands auch. Und wir kommen aus Balingen, die Bang-Ahead-Stadt, was es jetzt leider nicht mehr gibt. Aber wir machen Fresh Metal, Oskull Fresh Metal, Teutonic Fresh Metal, wenn ihr so wollt. Und 2022 haben wir das letzte richtige Album rausgehauen, also in Full Length. Das war Exit to the Surface, 23 eine Live-Album, Teutonic Slotter. Sind gerade dabei, das neue Album fertig zu machen. Und ja, heute sind wir auf dem Mammut und ich freue mich auf die Show. Und ihr findet natürlich alle Links dazu in der Videobeschreibung, gar keine Frage. Was würdest du sagen, nimmst du aus dem Konzertjahr 2024, vor allem wir haben ja jetzt auch, wir sind ja jetzt dann langsam wieder so richtig in der Routine nach Corona drin, nach der langen Pause. Wolltest du sagen, es gibt einen großen Unterschied, Pre-Corona und After-Corona, was das Publikum angeht? Boah, ich weiß gar nicht so sehr. Also ich habe da eher das Ding noch, weil das ich von vielen Leuten höre so, boah, ich habe immer noch Konzertkarten von vor Corona. Gibt es ja immer noch Konzerte, die noch nicht stattgefunden haben? Anscheinend. Ich dachte auch so, ja gut, komm. Leben die Musiker noch? Ich habe keine Ahnung. So schreibst du ab, eher das. Aber ich würde sagen, also das nimmt jetzt wieder so Fahrt auf wieder vor. So ich persönlich fand das eigentlich ganz gut, dass man da so ein paar Sachen hatte, so während Corona, dass du diese Einschränkungen hattest und dass die Musiklandschaft ein bisschen so gesund geschrumpft hat. Weil du hast ja vor allem in Deutschland, Deutschland ist ja irgendwie Mecca für Metal. Also du kannst quasi ab Mai irgendwie bis Ende September jedes Wochenende auf einen anderen Festival gehen. In Deutschland ist es so, du wirfst einen Stein und da, wo landet, ist ein Metal-Festival. Ja. Das ist voll geil. Ja, das ist voll geil. Aber dann ist natürlich auch die Frage, du kannst natürlich nicht überall hingehen. Und es sind dann viele Bands überall, die du sehen willst. Dann gibt es die Konkurrenz dazwischen, so von den Festivals zu Festivals. Das machen die Kleineren auch gar nicht mehr. Ich denke auch, Mammut ist da ja auch komplett dabei. Die zweimal im Jahr dann einfach so im Jugendhaus, dann in Königsbrunnen. Also ultra geil. Ja. Also da muss ich auch nochmal kurz irgendwie ausgreifen so oder ausschweifen. Ich habe so das Mammut und den Thomas, also den Thomas Walk, der hier der federführende Chef quasi ist, so mit seiner ganzen Crew. Ich habe das durch dieses Metal-Quiz kennengelernt. Da waren wir auch. Und das fand ich ultra geil. Und da hast du wirklich, da hast du dich so damals, wenn Corona dann irgendwie erstmal sich nicht treffen konnte. Wir haben da immer so einen Livestream gemacht, so mit Kumpels einfach kommen und wir schauen das alle gleichzeitig, dieses YouTube-Format, was dann war. Und so, das war so schlau. Das war das perfekte Marketing. Voll, voll. Wie lange ging es? Ein Jahr, anderthalb Jahre haben sie es gemacht so. Und dann plötzlich, ah, jetzt machen wir ein Festival. Und dann war halt irgendwie zweimal im Jahr machen sie es ja. Und das ist ja, in dem Jugendhaus, da passen 500 Leute rein, das ist immer ausverkauft. Und bei Trader kommt auch zeitnah in ferner, näher in der Zukunft ein neues Album. Ich hoffe. Also das Ding ist, wir haben ja, also wir haben ja 2022 das neue Album veröffentlicht mit dem Kinofilm mit Total Fresh, wo wir ja den Soundtrack auch für gemacht haben. Und dann waren wir ja auch viel unterwegs. Waren ja, haben das ja Türkei-Tour gemacht und so ein Zeug. Und das war auch cool. Türkei war richtig cool. Istanbul, crazy. Und dann haben wir 23 Jahre das Live-Album gemacht schon. Und eigentlich dieses Jahr wird es, glaube ich, also wenn es nach mir gehen würde, wir haben 14, 15 Songs jetzt geschrieben, aber wir schreiben ja immer mehr Songs. Und dann bist du dann, wenn du so ein bisschen Distanz anschaut, ist das so geil? Muss man das veröffentlichen oder so? Und dann gibt es dann immer Ausschlussware. Und ich hoffe, dass man dieses Jahr jetzt komplett so mit der ganzen Vorproduktion durchkommt. Und dass wir im nächsten Jahr das dann richtig aufnehmen können. Und dann kommt halt irgendwann wieder der Release. Also wir sind dran, wir sind fleißig. Wir sind auch viel unterwegs dieses Jahr noch. Folgt der Band am besten, damit ihr alles mitbekommt. Genau. Also könnt ihr mal so auf trader-band.de gehen. Alle links in der Videobeschreibung. Instagram, Facebook, weiß der Geier. Das ist es jetzt, was bei Trader ansteht. Wir sind das Jahr noch viel unterwegs. Also ist auch das Ding, weil, wie gesagt, wir haben am Anfang schon gesagt, ich spiele ja mehreren Bands und bin da jetzt auf Tour, war jetzt erst auf Europaturnal mit Reset auf. Und am 30.8. kommt das neue Reset-Album. Dann bist du da wieder unterwegs, weil ich jetzt erst mit den Jungs in Dubai und so. Das war auch sick. Wie würdest du sagen, ist so der wirklich merkbare Unterschied von jetzt Publikum, wie zum Beispiel in Dubai oder so, was halt wirklich eine ganz andere, der Einstellung der Menschen, eine ganz andere Welt ist als hier. Ja, so Kulturmentalität. Genau, ja. Kultur, wow. Wie konnte ich ein Wort vergessen? Wie würdest du sagen, es verhält sich das Publikum anders in Dubai wie in Deutschland? Das Ding ist, dass wenn du in so Länder gehst, wo jetzt so Metal oder allgemein irgendwie so Popkultur nicht so allgegenwärtig ist wie in Deutschland, da gibt es massig Fans für die Sachen. Und die sind so wirklich so richtig so, also da ist das Herz so richtig dankbar. Ey, wir hatten da Leute, also wir haben in Dubai gespielt und da sind Leute irgendwie acht Stunden da hingefahren. Und dann denkst du auch so, ah ja, die kommen aus dem fucking Oman da langgefahren, freuen sich einfach an Ast, weil es gibt eine Metal-Veranstaltung in den Emiraten quasi so einmal im Monat und dann kommen die da alle hin. Und du bist dann, du spielst dann in irgendwie so einem Fünf-Sterne-Hotel, so, die halt einen riesen Launch haben, dann kommen da die Tische draus, dann haben da eine geile Bühne und alles so. Und dann geht es um neun los und bis drei Uhr morgens ist dann meistens so einfach, da siehst du einfach nur so alles rotiert. Du hast einfach nur Haare permanent, du gehst da rein, okay, es rotiert, ich geh mal zwei Stunden raus, ich geh wieder rein, okay, alles rotiert. Der ganze Raum besteht aus Haare und Schweiß. Ja, und die sind halt richtig, die finden das halt richtig geil, auch dass dann sowas passiert und es ist so wirklich so viel Herz da drin und auch, also es ist halt natürlich auch für uns so, als Band, wenn du da hingehst, dann wirst du natürlich auch krass gut behandelt und so. Alter, wir hatten ja auch Hotelle mit Pool oben drauf, da hast du ein Telefon gehört, ich will zwei Margaritas an den Pool und dann kommt da hin und bringt halt zwei Margaritas und das ist schon geil. Es gibt ja ganz viele, viele komische Geschichten so über Dubai und so und über Frauenrechte und so, das muss man da nicht reden, so keine Frage. Aber das war so westlich, das war so offen, weil der Kollege, der uns, der Win von Resurrection-Events, der das da in Dubai macht und der hat uns halt rumgeführt, hat es angeschaut, so so, bist ja so riesen Kaufhäuser reingegangen, wo irgendwie ein fucking Aquarium drin ist, wo so Haie drin rumschwimmen und das ist so 40 Meter lang und irgendwie 20 Meter hoch. Es ist so alles absurd groß so, ne? Und da hat er ja auch so gemeint, da eigentlich wohnen hier zwei Millionen Menschen, aber wir sind 20 Millionen Menschen und es sind halt 200 verschiedene Nationen, die da alle zusammen... Oh, sehr cool, ja. Also ich meine, ich würde jetzt nicht irgendwie draußen rumrennen und irgendwie gegen Scheich irgendwie wettern, das wäre vielleicht nicht so schlau. Welcome to J-Gas! Was würdest du persönlich allen Festivalgängen mitgeben, was für dich das Wichtigste auf Festivals ist, was du den Leuten, den Zuschauern mitgeben willst, was sie auf jeden Fall auf dem Festival brauchen? Ganz wichtig, Unterhosen, ne Zahnbürste und Sauerkraut. Wenn ihr wissen wollt, warum Sauerkraut, müsst ihr mich persönlich drauf ansprechen, weil das kann ich nicht ins Internet stellen. Ich danke dir für deine Zeit, ganz viel Spaß beim Auftritt. Danke, Chris. Ihr seht jetzt noch ein paar Szenen. Geil, Metal-Sketchers. Das war das Mammut-Jubiläum 2024. Wir haben, das möchte ich mal ganz kurz dazu erwähnen, wir haben ja hier so diesen Interview-Raum bekommen und der wird für nichts anderes benutzt. Das heißt, rein theoretisch ist das hier heute unser Raum. Und das ist das Krasseste, was ich jemals hatte, dass wir in der Theorie einen eigenen Raum hatten. Den darf jeder benutzen, aber der wird für Interviews benutzt. Und dafür will ich Danke sagen, weil das ist ein Feeling, das ist auf eine andere Art ganz krass. Das ist dieser Raum hier für Interviews und so Zeug hier für uns zur Verfügung gestellt worden. Das ist absolut geil. Das Festival selber, wir waren jetzt heute nur am Samstag, mega gut, hat übel Spaß gemacht. Die Organisation ist mega krass, wenn ich das richtig rausgehört habe. Waren in diesem ganzen Team ums Mammut, um die Mammut-Crew herum, ich glaube 250 ehrenamtliche Arbeiter, wenn ich das richtig rausgehört habe. Korrigiert mich gerne, wenn ich hier falsch liege. Alle, mit denen wir hier heute zu tun haben, waren unfassbar nett, unfassbar zuvorkommend. Auch die Bands, die wir heute getroffen haben, unfassbar sympathisch. Man hat einfach so das Gefühl gehabt, man vibet einfach sofort miteinander. Die Leute, die hier da waren, waren alle der Wahnsinn. Der Sound hier drin ist mega gut. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, wo wir reingekommen sind. Der Sound ist richtig schön klar. Es ist alles perfekt abgemischt. Du hörst alles so, wie es sein muss. Die Location ist mega geil. Es ist in sehr großen, es ist ein bisschen in großen Dimensionen gerechnet. Also die Halle waren nicht komplett voll. Aber das ist halt auch eine Ansage, so eine Halle voll zu machen. Da passen 1500 Leute rein, wenn es voll ist. So viel waren jetzt heute nicht da. Hätten sie aber absolut verdient, wenn heute so viel da gewesen wäre. Die Mammut-Crew, da gibt es zweimal im Jahr das Mammut-Festival. Einmal im April, einmal im Oktober. Dann gibt es noch das Rocket Freeze. Da sind noch zig Veranstaltungen drumherum. Also das ist total krass. Checkt das Ganze auf jeden Fall aus. Link in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle für alles, was wir hier heute erfahren und bekommen haben. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die Bands, die sich die Zeit genommen haben. Ich kann es gar nicht sagen. Es ist ein saugeiles Start in die Festival-Saison gewesen. Und ey, wenn ihr zuschaut und ihr seid im Oktober zufällig irgendwo in der Nähe von Augsburg, Königsbrunn, hier im Matrix, das ist das Jugendzentrum nebenan, ist wieder das Mammut-Festival. Kommt gerne vorbei. Ich werde auch da sein.